Wer sind die besten Anbieter einer Rechtsschutzversicherung speziell für Bauherren? Da es hierzu bislang keine Testberichte oder Studien gibt, haben wir das selbst gemacht. Unsere Versicherungsexperten haben für euch drei Anbieter einer Bauherrenrechtsschutzversicherung verglichen und bewertet. Bleibt bis zum Ende dran, denn wir verraten einen simplen, aber wirkungsvollen Tipp, wie ihr entscheidet, welchen Bauherrenrechtsschutz ihr wirklich braucht. In den letzten Wochen sind bei unserem Kanal tausende neue Abonnenten dazugekommen. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr dabei seid und uns dabei helft, die 100.000 Abos zu erreichen. In unserem Vergleich haben wir folgende drei Anbieter und ihre Tarife untersucht. Den Tarif Premium mit Baustein Wohnen der ARAG, den Tarif Free und Free Plus der DEURAG und den Bauherrenrechtsschutz der ÖRAG. Es gibt zwei verschiedene Wege, eine Bauherrenrechtsschutzversicherung abzuschließen. Entweder als Zusatzbaustein zur Privatrechtsschutzversicherung oder als eigenständige Versicherung. Warum sagen wir euch das jetzt? Weil das wichtig für unseren Tarifvergleich ist, denn wir haben beide Möglichkeiten berücksichtigt. Die Tarife der ARAG und DEURAG sind Zusatzbausteine. Einzig der Tarif der ÖRAG-Versicherung stellt einen eigenständigen Bauherrenrechtsschutz dar. Übrigens, mit allen drei Anbietern haben unsere Fachberater langjährige Erfahrungen gemacht, sodass wir diese gut bewerten können. Zum Zeitpunkt unserer Testung konnten wir nur die ARAG, DEURAG und ÖRAG als Anbieter eines Bauherrenrechtsschutzes ausmachen, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle weiteren Details zur Studiendurchführung, Datenerhebung und die ausführlichen Testergebnisse könnt ihr in unserem Testreport nachlesen. Link ist unten in der Infobox. Kommen wir jetzt zu den Ergebnissen unseres Tarifvergleichs. Das beste Ergebnis unserer Studie erhält der Bauherrenrechtsschutz der ÖRAG mit der bestmöglichen Bewertung sehr gut. Die beiden Zusatztarife der ARAG und DEURAG bewegen sich dagegen im Mittelfeld mit jeweils der Bewertung befriedigend bis gut und befriedigend. Dennoch erhalten diese beiden Anbieter in Sachen Polizierung und Bearbeitungszeit jeweils 9 Punkte und für den Service und die Erreichbarkeit sowie Schadenbearbeitung jeweils 8 Punkte. Somit schneiden beide Anbieter in diesen Kategorien besser ab als unser Gesamtsieger ÖRAG. Beim Preis-Leistungsverhältnis erreichen alle drei Tarife ähnliche Bewertungen von befriedigend bis gut. Große Unterschiede gibt es jedoch in den Kategorien Wartezeiten und Versicherungssummen und hier wird es interessant, denn diese beiden Punkte sind fast die wichtigsten Punkte, auf die ihr achten solltet, wenn ihr eine Bauherrenrechtsschutzversicherung abschließen wollt. Der Bauherrenrechtsschutz der ÖRAG erhält im Vergleich zu dem der ARAG und DEURAG jeweils die Bestwertung von 10 Punkten, während die anderen beiden Tarife jeweils nur 3 und 4 Punkte erzielen. Und hier kommen wir wieder zu dem, was wir euch am Anfang erklärt hatten, nämlich, dass es zwei verschiedene Wege gibt, eine Bauherrenrechtsschutzversicherung abzuschließen und die Vor- und Nachteile werden jetzt deutlich. Bei der ARAG und DEURAG handelt es sich um einen Zusatzbaustein des Privatrechtsschutzes, das heißt, der Fokus liegt gar nicht auf dem Bauherrenrechtsschutz. Dagegen ist der Tarif der ÖRAG ein eigenes Produkt, was speziell auf Bauherren- bzw. Bauprojekte ausgerichtet ist. Daher sind auch hier die Versicherungssummen höher. Bei der ÖRAG sind Kosten bis zu 100.000 Euro versichert, die DEURAG zahlt nur bis 5.000 und die ARAG bis 10.000 Euro. Es gibt noch ein paar andere Details, die sich bei der Versicherungssumme unterscheiden, aber das könnt ihr in unserem ausführlichen Testreport nachlesen. Ähnlich verhält es sich mit den Wartezeiten. Wie bei der normalen Rechtsschutzversicherung auch, haben die Zusatztarife der ARAG und DEURAG jeweils eine Wartezeit von 6 bzw. 12 Monaten. Die eigenständige Rechtsschutzversicherung der ÖRAG hat dagegen keine Wartezeit. Also, unser klarer Testsieger ist die ÖRAG mit ihrer eigenständigen Bauherrenrechtsschutzversicherung. Höchste Versicherungssumme, keine Wartezeit, guter Service, Bearbeitungszeit und sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kommen wir zu unserem angekündigten Experten-Tipp. Ob ihr eher den umfangreichen eigenständigen Bauherrenrechtsschutz braucht oder ob die kleineren Tarife für euch ausreichen, kommt auf euer konkretes Bauvorhaben, den Baukosten und auf einige andere Faktoren an. Habt ihr ein großes, teures und komplexes Bauvorhaben, an dem verschiedene Akteure beteiligt sind und wo ihr eine Baugenehmigung beantragen müsst, empfehlen wir eine eigenständige Bauherrenrechtsschutzversicherung. Braucht ihr keine Baugenehmigung und wollt nur renovieren, dann reicht auch das Vertragsrecht im Rahmen der privaten Rechtsschutzversicherung. Und die könnt ihr sogar auch noch nach Baubeginn abschließen. Der eigenständige Bauherrenrechtsschutz muss zwingend vor Baubeginn abgeschlossen werden. Alle weiteren Versicherungsthemen, die besten Tipps und Ratgeber unserer Fachexperten und mehr dazu, wer wir eigentlich sind, findet ihr auf unserer Webseite transparent-beraten.de. Dort findet ihr neben vielen anderen Online-Rechnern und Formularen auch die Gelegenheit, uns für eine individuelle Beratung und Tarifvergleich für die richtige Bauherrenrechtsschutzversicherung zu kontaktieren. Danke fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr sonst noch Fragen oder Anmerkungen habt. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ihr findet uns übrigens auch auf TikTok und Instagram, also schaut da auch gern mal vorbei. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie die Bauherrenrechtsschutzversicherung funktioniert und was sie kostet, dann schaut euch jetzt dieses Video hier an. Ich bin Müni von transparent-beraten.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja.